Was ist das? Na gut. Wo? Muss hier langsam. Er ist vor kurzem hier weg. Endlich. Ich hab meine Sachen wieder. Und jetzt kann ich die Motherfucker richtig fertig machen. Die sind frisch. Ich hab sogar Scheiternpfer drauf. Ich hab aber keine Munition. Scheiße. Ich hab gar keine Munition. Fuck. Okay. Da draußen. Oh, hier sind wir, oder? Ja, bleib mal schön mit dem Rücken zu mir. Benner. Bist du bestimmt neben dem Haus. Okay, klar. Moment. Das ist natürlich scheiße. Weil ich jetzt nichts mehr höre. Mein Akku ist alle. Ach so, er ist nicht hier lang gelaufen. Ich kann nicht speichern. Scheiße. Ich hab auch gar keine Muni. Ich glaub, ich muss komplett außen rum. Nee. Lässt der mich nicht? Was für ein Penner, ey. Ich will doch nicht entdeckt werden von denen. Ich will keine Junge geben. Oke. Scheiße. Ja. Oh, die haben wir gerade entdeckt. Du mir einen Gefallen. Zieh das Ding aus. Wir tilgen deine Seele. Stark hin, ne Arschloch? Das hast du davon. Okay, verbannt habe ich aber. Geil. Aber keine Muni. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Wir sind ein Geist. Hä? Was macht der mit dem? Mit dem vor allem. Was machen die mit dir? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Du wirst nie eingefunden. Nein, nein. Nein, knapp, mieses Dekso. Lisa, Lisa, hör mir zu. Okay, du hast mich befreit. Hier ist es nicht sicher. Komm mit mir befreit. Nein. Schön, dann komm nicht mit. Aber du musst sofort von hier weg. Sonst töten sie dich. Hast du mich verstanden? Los! Okay, pass auf. Lauf so schnell du kannst. Meide die Straße. Und bleib auf keinen Fall stehen. Los. Los. Oh, hier haben wir alles. Hier haben wir wieder alles. Holy shit. Oh, geil. Wir haben einfach... Also, was ist alles? Aber wir haben wenigstens etwas Money. Boah, dauert ein bisschen, aber... Geil. So, alles wieder da. Das heißt jetzt auch, wir können uns jetzt schön rächen. Und ja, weil, wie gesagt, mein Headset ist alle. Es war komplett voll aufgeladen. Da sieht man, ja, so sechs Stunden oder sowas. Sieben Stunden, glaube ich sogar, hält ja nicht aus, denn das Akku alle... Ich lasse ganz kurz auf, weil ich möchte das noch kurz zu Ende machen, weil ich das geil finde. Ich will mich noch rächen und alle abmurksen oder gucken, wie es noch weitergeht. Und danach mache ich den in Pause und ist dann erst mal wieder Aufnahme-Stop. Deshalb, ähm, würde ich sagen, bis gleich. Ne? Vielleicht hat es jetzt mal kurz gereicht, um es zu beenden. Für ein paar Minuten aufzuladen, dass es noch kurz ein bisschen hält, damit ich das mal noch beenden kann. Ach, guck mal, die merken schon was. Hä? Was machen die? Die gehen alle da hin? Was machen die? Die Ripper, Busa. Sie kommen. Du musst Iron Mike warnen. Na, endlich. Geh zu deinem Bike zurück. Ha, guck mal, einen habe ich aufgehalten. Wichser. Oh nein. Was? Ja, anscheinend, bestimmt. Hä? Mist, wie. Verzieh da. Yes. Mein Bike. Schnell. Schnell. Wo ist er? Bist du da? Ricky, Lost Lake Camp. Jemand da? Ja, ich bin's. Moment, warte. Okay, sie kommen. Deacon, Mike hat einen Suchtrupp geschickt. Ricky, hör mir zu. Die Ripper sind hinter Busa her. Deak? Nein, nein, nein. Hey, hey, nicht schießen. Das ist Deacon. Iron Mike hat uns losgeschickt. Ripper! Alter, ich halte sie euch vom Hals. Wir müssen zurück zum Kern. Keine Sorge, ich mach das schon. Wir müssen sie stoppen. Alter, jetzt stirbt doch mal. Das kann doch nicht sein. Wie oft muss ich auf den Ballern? Mehr von dem. Nein, nein, nein. Weiter, fahrt weiter. Oh, mein Headset ist schon wieder fast alle. Ich dachte, das hat vielleicht ausgereicht. Scheiße. Wir sind fast da. Noch mehr Ripper. Auf der Falle. Sie wollen die Straße sperren. Fahrt rum herum, nicht bremsen, okay? Keine Nacht. Fahrt weiter, fahrt weiter. Ey, guck mal, das ist doch so unrealistisch. Ihr fahrt zum Osttor rüber, verstanden? Zur Hauptbrücke. Ich biege hier ab und komme dann über den Steg. Über den Sumpf. Wenn ihr Boozer seht, dann sagt ihm, die Ripper sind hinter ihm her. Verstanden? Verstanden. Hey, St. John. Viel Glück. Euch auch. Und wenn ihr Skizos seht, dann bringt ihn um. Ja. Ja, dass die auf ihrem Bike da zehn Schüsse abkürten, hallo? Ihr habt da Kugeln drinne. Als wenn der so lange durchhält und nicht abfliegt. Oh. Steig ihn dann! Ja, perfekt. Hey, 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 no, 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 hey! Es ist okay, ich werde dir nicht wehtun. Kommt schon. Okay. Kommt schon. Hey, nein, 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 alles gut, alles gut. Es ist nicht tief, wird schon wieder, wird schon wieder. Jetzt hör zu, hör zu, sieh mich an. Ich suche nach Boozer und Skizos. Kennst du sie? Weißt du, wo sie sind? Ich weiß es nicht. Ich, ich meine, das alles, das ging einfach so furchtbar schnell. Sie waren, sie waren überall. Die Ripper, sie waren plötzlich im Camp und sie folterten uns. Hey, sag mal, wie heißt du? Nicole. Nicole, kannst du mit Waffen umgehen? Ja. Gut. Ja. Okay, siehst du den Turm da hinten? Ich will, dass du draufsteigst und in Deckung gehst. Wenn Ripper hier durchkommt, lässt du ihm den Kopf weg. Ich gehe und suche deine Freundin, okay? Los. Okay. 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 Scheiß Ripper. Hier, die rennen da durch. Oha. Was hier Penner. Achso, ich habe gar keinen. Steig hinab, Arschloch. Ja, komm, bettel, bettel. Wer ist der Bessere? Wer ist der Bessere? Du nicht. Ja, genau. Zieht euch mal zurück, ihr Wixer. Rückzug, gebt mir Deckung. Ja. Gebt ihm Deckung. Ich treffe ihn ja, aber er kann so... Stopp, lasst mich euch Carlos vorgeleeren. Ja. Wixer, ey. Was der aushält. Ich habe mit einer Schrot auf ihn geballert. Er steht wieder auf. Sein Ernst? Kann der vergessen. Ach du Scheiße. Wixer. Ja. Ja, komm ich nicht durch. Ich lasse nicht zu, dass sie noch mehr von meinen Leuten töten. Ey, die töten ja einfach alle. Ja. Ja. Ne, geil. Ah, nein. Oh Gott. Becker. Scheiße. Das kann doch nicht sein, hör mal. Das kannst du nicht sein. Ich lasse nicht zu, dass die noch mehr von meinen Leuten töten. Haha. Was hast du? Ruhe im Frieden. Wixer. Komm, 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 komm. Oha. Du kleiner Penner. Was? Scheiße. Und die sind ja wieder von da. Ach, jetzt machen wir noch mehr Rambo. Und diesmal retten wir die aber locker. Come on, baby. Ist da etwa einer Geisel drin? Kann das sein? Das war's. Ey, du Wixer. Lass sie los. Scheiße. Ernsthaft. Ey, dein vollkommener Ernst. Okay, jetzt aber wirklich, komm, jetzt im Rambo-Modus. Aber richtig fett jetzt. Unfassbar. So, und jetzt geht's los. Achtung. Jetzt geht's los. Könnte dort eine Geisel drin sein? Wenn ja, kann ich sie retten? Ey, du Penner, lass sie los. Du wirst breiten. Bam. Danke. Leise. Keine Zeit. Kein Problem. Ihr kennt doch Nicole, oder? Okay, dann hört mir zu. Geht nach Westen zum Steg. Sie ist oben im Wachturm. Ihr werdet ihr helfen. Ich will keine Ripper mehr über den Sumpf kommen sehen. Verstanden? Du bist ein Engel. Mein Gebet wurde erhört. Gut. Dann los, los. Danke. Okay, Nicole. Ich hab mal ein Rumpf gemacht. Jetzt bist du am Herzen. Scheiße. Alle... Oh, diese Wichser. Was für Wichser. Vor allem, die machen immer irgendwas mit den Gesichtern. Ich glaub, die brennen die ab oder irgendwas. Oder zerfleischen die. Ne, die zerfleischen die. Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, was hier los ist. Skizzo ist mit dem Wuser. Wohin? Wohin, Ricky? Ich... Deek. Ripper. Sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Ich bin schon unterwegs. Warte auf mich. Deacon? Nein! 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 Verdammt, Ricky! Scheiße, ich hab da nix für. Ich hab da nix für die Krankenstation. Ich weiß nicht, wo wo er ist. Ich hab da. Komm her. Ich hab da. Ich hab da. brenn schön sauber, einfach weggeschossen brenn du Arschloch ok pass mal auf mein Freund ja, versteck dich bam, Headshot ja Feuer macht nicht rein vor so nem Feuerteufel das ganze Camp wird einfach angegriffen ist es auch ein Ripper? verfatz dich du kleiner Penner du kleiner Penner ja, kommt doch ja, kommt doch Rohrbombe, perfekt hier 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 ja, er soll brennen komm komm er verschlappt sich auf ihn du hast das MG mach ein fertig was ist was ist oh oh scheiße okay heilung bam so muss es sein halt einfach zerfetzen immer ich schleiche mich nicht durch ich muss alle alle vernichten die hier Krawall machen auch wenn ich meine ganze Muni dafür verbrauche alles Tote alles Tote ey nicht nicht lass sie gehen bitte nicht ihr seid verirrte verirrte nein 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 wofür geht's waffen runter waffenstillstand 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 ich dachte du solltest drinnen bleiben ich hörte jemanden rufen ich kann sie nicht sterben lassen warte 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 halt mal halt mal was zur Hölle war das ist vorbei ein Mike hat waffenstillstand geschlossen warte was was zum Teufel ist hier los finden wir es raus alles okay tut mir leid einfach alles oh Gott mir auch waffenstillstand macht die Ferry macht die alle das ist nur ein Missverständnis sie wollen nur stürmen mein Kämmert ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis ihr habt den Vertrag verletzt kommt auf unser Land steht unsere Vorräte du verlogener Scheiße steig hör zu ich hatte nen Deal steig waffen runter steig warte okay Skiso erzähl mir mehr von diesem Deal verdammt nochmal warte erzähl's ihm doch erzähl ihm wie du uns an sie verkauft hast was zum Henker willst du von mir verdammt nochmal Skiso erzähl's ihm oder ich schneid dir die Kehle durch okay okay ich hatte nen Deal mit Carlos okay Mike aber das das war nichts gegen das Camp ich schwör's es geht um sie um die beiden ihn und Busa wer will das Camp nur sie ja wie läuft der Deal so für dich tja ich hab's fürs Camp getan Mike um es verdammt nochmal zu retten er hat den Vertrag verletzt Mike Heike Heike bitte Deke schön dass du wach bist aber lass ihn los Deke Deke okay okay also stimmt das was er sagt dass er ein Deal hattet nur verirrte Lügen ja es stimmt okay ihr bekommt Deke William die Biker Boys oder wie er sie auch nennt und ihr lasst Lost Lake in Ruhe ihr ruht dann in Frieden du hast mein Wort und das ist ja was hm dein Wort großer Oberhäuptling der RIP hey 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 wir kamen mit der Fahne des Friedens Frieden am Arsch das ist mein Camp meine Leute und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen nicht mit mir es ist mir egal was die beiden getan haben und warum du sie willst ich weiß nur dass du sie nicht kriegst scheiße Mike wir hatten ein Deal nein das ist der Deal Carlos und das ist der einzige den du kriegst jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake oder wir alle sterben genau hier und jetzt unser Vertrag gilt unser Vertrag gilt so wie immer was mich angeht du mieses du mieses Arsch du mieses Arsch okay bring sie aus meinem verdammten Camp das war's noch nicht Carlos steig hinab Bruder Geek geh zur Seite geh zur Seite Mike hey ich ich will nur sagen bring den in die Zelle scheiße lass uns doch lass sie los ich versuche euch etwas zu sagen und ihr hört nicht zu das ist nicht wie wir die Dinge regeln wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wir Barbaren schafft ihn hier weg lass mich los wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen und er wird zur Rechenschaft gezogen es tut mir nicht leid Mike kein Stück verdammt ich wollte ich wollte das Camp retten die Ripper geben nicht auf Carlos wird nicht aufgeben verstehst du sie hören nicht auf weißt du wer das war Jesse ja nach dem Ende der Welt Anführer eines Kult zu sein reicht ihm wohl noch nicht er will außerdem auch noch Rache dieses gottverdammte Sackgesicht ja ich schätze er weiß schon länger dass wir hier sind die Nacht im Crazy Willi das war kein zufälliger Ripperangriff und Skeso wollte uns an ihn verkaufen wo steckt er jetzt wenn ich ihn finde drehe ich ihm den verdammten Hals um nein nein lass es vergiss Geso erstmal pack dein Zeug zusammen ein paar Mollis und so viel Munition wie möglich warte was hast du vor und ich weiß schon das ist eine scheiß Idee aber wir machen es trotzdem ich werd mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Gesos Hütte triff mich bei der Brücke ich erklär's dir unterwegs ey ist das okay für dich? ja oh ja sie werden nie aufhören sie werden nie aufhören in Stücke gerissen ripper axt bleib bei deinen Freunden Moorbombe nein ja Ricky ich höre hör zu ich hab keine Zeit was war los verdammt sie haben gerade Skiso weggesperrt und ich ja gut ich habe keine Zeit zum reden scheiße das war aus Versehen jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen in meine Hütte gut erstmal speichern so alles klar ja Headset ja Akku ist schon längst alle ähm aber ich habe so ein bisschen Fernseerton leicht angemacht dass ihr aber nichts von hört aber ich wenigstens etwas leicht und heilige Scheiße ja trotzdem noch nicht durchgespielt ich weiß nicht ob jetzt vielleicht dann dadurch langsam das Ende kommen würde ähm aber ja also da sieht man wieder es ist ey unfassbar man ich komme wirklich nicht bis zum Ende ne das ist so ein viel Stück Arbeit ähm ich kann mal sagen wie viel ich jetzt aufgenommen habe ich habe jetzt heute 7 Stunden 43 aufgenommen 7 Stunden 43 und immer noch nicht am Ende und ich habe vorher ich habe ja heute es nicht nur erst angefangen sondern ich habe vorher schon viel gespielt alter Schwede ey aber ich glaube so langsam ist so ein bisschen glaube ich schon bald in die Richtung Ende würde ich jetzt mal so behaupten es ist jetzt schon sehr viel passiert ja werden wir sehen ne gut denn würde ich an der Stelle sagen dann kann ich jetzt auch mal was essen endlich mal richtig für heute und ja mich dann äh ja jetzt auch mal entspannen ne entspannt hinlegen Couch was gucken und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen ne dann würde ich sagen macht es gut bis zum nächsten Mal vielen vielen Dank für alles macht es gut und eine wunderschöne gute eine wunderschöne gute Nacht nachher ne träumt schön und bis zum nächsten Mal haut rein ciao